Während unserer letzten IKK-Kochschule in diesem Jahr ging es wieder heiß her am Herd im Ratiomat-Küchenstudio in Erfurt. Gemeinsam mit dem Team der Avenida-Therme und Gästen des Takt-Magazins wurde in entspannter Runde an großartigen Köstlichkeiten geschraubt. Diesmal stand alles unter dem Motto Vollwertkost. Bei der Vollwertkost stehen vor allem frische und unbehandelte Lebensmittel sowie Vollkornprodukte im Vordergrund. Also gab es ganz viel frisches Obst und Gemüse, Fisch und eben leckeres Brot. Natürlich mussten wieder alle mit ran an den Herd und es wurde geschnitten, gehackt und geschält, bis die Messer glühten. Währenddessen informierten wir uns über gesunde Ernährung, gute und schlechte Fette und so manchen Ernährungsmythos. Das ganze Rezept und alles Wichtige zum Thema Vollwertkost findet ihr natürlich in eurem Takt-Magazin.